Herzlich Willkommen mal wieder zu einer Runde Adventure Time mit uns in dem Turf Wars Ari, Turf Wars auf den Mindflexer, wir haben schon ewig kein Turf Wars mehr gespielt ähm, ich glaub wir spielen also ich spiele gerade das Kit Infiltrator, heißt das so damit kann ich dann vorwaschen ähm, für die das jetzt nicht kennen jeder hat jetzt erstmal Zeit sich hier was zu erbauen auf seiner Seite, wir müssen die Seite komplett nach hinten drängen und dann hat das Team gewonnen, ja was zuerst die Gegner weggedrängt hat, ne, wer hätte das gedacht Ari? Hättest du das gedacht Alter? Vielleicht Jake und Finn Alter, von der Adventure Time, Alter? Ja Ah, die mag ich Ich auch Ich möchte einen Regenbogen schlagen Los, ersten hab ich down Oh, nice Wow Ich kann nämlich jetzt in das feindliche Gebiet, das kann normale Spieler nicht Ich bin tot Ah Das ist kein normaler Spieler, nämlich mit Ich will ja nichts sagen, aber da ist einer hochgeflogen Hab ich gesehen? Ich hab ihn tot Nice Ich weiß nicht, das sah nicht so ganz lang Ich weiß nicht, ob man das darf Ey, das ist ja unfaire Mittel hier Hä, das ist aber Sicher, dass der nur gebackt ist? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht Ja gut, wenn das Half-Slaps sind, dann kannst du ausgesehen haben, ne? Als obi, obi in meinen Mundi, der mich noch erwischt hat mit seinem kleinen Pfeil da Soll ich mich nur einmal vernünftig überlassen, dann weck ich die weg Ja Ich wurde aber auch weggeklatscht gerade Okay Einen hab ich wieder Ähm Attacke Einen hab ich wieder Wow, wow, wow Mann, die feilen Menschen Aber irgendwie ist der eine nicht mit mir so heuer gewesen, ne? Ja Kann sein, dass einer hackt Ich bin mir da aber nicht sicher Ah, wir haben wieder einen Tod Adventure Time Mit Unsinn Aua Immer wenn ich anfange zu singen, stehe ich Nein Das ist ein Zeichen Immer wenn ich gerade auf die Gegner losgehen möchte, schießt mich von der Seite einer mit seinem Pfeil ab, weißt du? Ja Ach, das ist doch ärgerlich, junges Mädel Bautime Erneut Hä? Ja, war aber schnell wieder hinten Der eine ist richtig komisch Also der, der da gerade hochgelaufen ist Ja, ne? Komisch, ja, weil Der, der war gerade so schnell hinten Oh, nicht gebackt Ne, ich find das auch komisch hier Oh oh Attacke Ja Ja, ich, ich bugg schon wieder Ah Du bist wieder auf unsere Seite Ich bugg gerade, ne? Pass auf Oh nice Ich bugg gerade in der Luft, was ist das? Ich steck fest Du wirst langsamer auf der anderen Seite, umso länger du dich dort befindest Das weiß ich, da was hinter dir Ich kann mich gar nicht bewegen Ich kann mich gar nicht bewegen Hab dich gerettet Ich kann mich gar nicht bewegen Ich kann mich echt gar nicht bewegen, jetzt geht's wieder Hä? Das ist nicht normal, ich glaub das bugt bei mir ein bisschen, kann das sein? Das könnte sein, ja Da ist einer bei dir, Ari Noch einer Ah, ich bin tot Haben die die gleichen Skins Aber ich bin immer stecken geblieben Ja, ich glaub schon Es sind eh nur noch vier Ne, es sind nicht Ah ja, stimmt Haben die gleichen Skins Es sind doch mehr als vier Ja gerade, die sind alle gelieft Ne Sah nur so aus So Ey, immer steck ich fest, ne? Boots Oh ja Ja Ja, wir haben gewonnen, Alter Sehr schön Wir gehen noch in der Runde ran Zweite Runde Oh, mein Kameraakku blinkt Dass es nur noch einen Balken hat Oh nein, Ari Wir müssen uns beeilen Oh Mann Wir müssen uns beeilen mit dieser Runde Kann ich die blöde Kamera nicht irgendwie am Strom anschließen? Das ist doch total albern Normalerweise müsste sie ja Strom ziehen, wenn sie am PC ist irgendwie Ja, aber tut's dir nicht, das nervt richtig Das ist echt komisch Das nervt mich echt ein bisschen Das würde das Leben viel einfacher machen Wenn ich sie einfach anschließen kann direkt So, die ganze Zeit Aber die zieht keinen Strom bei mir Ich weiß nicht warum Ach, Mann, ich will nicht, dass die Cam ausgeht gleich So, fünf Sekunden Ah Ich bin zurückgeflogen und Ja Hab gefehlt ein bisschen in der Hinsicht Jetzt sagst du bist ein Hacker Ich hab einen Ey, stirb da hinten Nein Oh, ich bin fast gestorben Aber jemand anders Ist gestorben Der vor mir stand Er hat mein Leben gesaved Er hat sich für dich Geopfert Ich hab einen gekillt Ich hab einen gekillt, Mama Ja Ich hab wieder einen gekillt, Mama Oh, ich wurde gekillt, Mama Da kommt ein Faultier Hab ich Oh, nice Wo ist das andere? Da ist das Schaft La, 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 la Ey, die kriegen wir, die kriegen wir Faultier 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 Oh, faul ist mir tot Du weißt, dass Faultiere echt schnell fahren können Ja Nach dem Film, den wir gesehen haben Der war echt cool Den kann ich nur ans Herz legen Ob den Namen vergessen Weil jetzt haben wir den krassen Plottwist Verraten vom Film Ja Ey, das war der Plottwist Nein, aber ich kann euch den Film echt ans Herz legen Ich weiß noch nicht mehr den Namen Sumania meint er Sumania, der ist so super, Leute Schaut den euch an Ja Ich fand den auch super Ich bin nur die ganze Zeit an der Front hier Was eigentlich vorher Fail ist Der Fail der Woche, Alter Oh, wir können wieder bauen Bauzeit Bauzeit, Bauzeit Wir bauen jetzt wieder eine Mauer Bauzeit, Bauzeit Bounty, Mars und Twix Bounty, Mars und Twix Product Placement Ist das ein Product Placement? So So, einen haben wir wieder tot Noch einen habe ich tot Nice Da hinten das gelbe etwas Ich versuche es die ganze Zeit zu erwischen Ich bin aber weggestoßen worden Okay, ich habe es Weil ich zu nahe war an der Farbe Da oben ist einer Ne, da ist das Faultier schon wieder Ah, ich habe Angst Hab das Faultier Au Ich habe irgendwie einen Anlassausweis hin erwischt Also, kennst du das, wenn du auf jemanden schießt Und dann so ein anderer irgendwie dann dahinter ins Bild läuft Ja, 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 ja Das hatte ich gerade Das ging es mir gerade Die haben nämlich auf dich geschossen Vielleicht gewinnen wir jetzt, während ich hier gar nicht mehr an der Front bin Ne, ich glaube nicht Na, wobei Ich treffe keine Okay, einer noch Ja, wir haben wieder gewonnen Letzte Runde Turf Wars Ah, die Meldung ist interessant Das stimmt Nennen wir sie mal interessant Die Kamera-Akku ist immer noch Sehr, sehr kritischen Zustand aktuell Ob der die Folge überlebt Das weiß ich nicht Das seht ihr dann Ach man Ich kann ihn gerade nicht wechseln Das ist so das Nervige Ich muss nochmal gucken Ich suche mal im Internet Ob da irgendwie eine Lösung gibt Ob da Lösung gibt? Ob da Lösung ist Das ist so doof In der ersten Reihe Direkt die Blöcke zu machen Denn wenn ein Team direkt Ein Mann verliert Sind alle Blöcke direkt respawned Ja Ich glaube, das checken nicht alle hier Ich denke auch So, einen hab ich Hab mal noch einen Ich wecke alle Ich bin der Infiltrator-Boy Yes Alter Oh nice Ich stecke schon wieder fest Ich bin tot Ich kam nicht weg, Ari Wo war deine heilende Hand? Ich Ich hab den über dir getötet Und er auf dich gezielt Ja, da auch Au Ich hab direkt was in die Fresse bekommen Ich hab's kommen sehen Au Ari, ich hab's kommen sehen Als ich sterbe Ja? Ja Ich stehe so, weil der Pfeil In meine Richtung geflogen ist Lass ihn erscheinen sehen Ach man Ich lass mich grad so richtig doof töten Überhaupt nicht voran Das regt mich grad richtig auf Das macht mich aggressiv Ari töte sie jetzt Das reicht mir Ah Oh, Bauzeit Ja, ich wurde genau dann zurückgeschleudert Gerade Mann Als ich voll im Kampf war Ich war richtig in Action Ich mach einfach mal eine Treppe Keine Ahnung, was ich bauen soll Großartig jetzt Das war schön Und meine Cam ist aus Nein Akku aufladen steht da GG, Akku leer Und ich bin halt mitten in der Runde, Ari Was? Was? Ja Mach ich das auch so traurig wie mich? Ja Meine Regenbögen Ach, nö Ah, ich komm grad nicht voran Ich komm grad einfach nicht voran Du musst mehr Regenbögen machen Komm, wir müssen die Runde noch schaffen Auch ohne Kamera Oh nein Aber sie haben mich getötet Nein, das kann nicht sein Das kann einfach nicht sein Das ist leider wahr Als ob, ich bin grad wieder um die Ecke zurück Ey Diese Gegner, ne Diese Jungs So Oh, irgendjemand steht einfach in mir Ich muss wieder fliehen Ich muss wieder fliehen Hüpp, hüpp Ah Ja Das war die Rache Ich muss wieder zurück Ich komm grad nicht voran, ne Okay, da ist Tod da hinten Uuuuh Fuck Nein Ich bin so schön auf dem Bild geklingen Ich wollte ihn verarschen Hat aber nicht geklappt Build Time Ari, die Build-It Building Time, Ari Tut's so Build Time Time Ja, eine Blaue hat's auch drauf Der hüpft einfach wie ein So, mal Da so Weißt du Ganz doofy Ganz doofy Oh oh Einen hab ich So Es kommt aber auch nicht auf deren Seite so richtig Ari Ich hab keinen Pfeil Ah nee Hab ich gerecht Ja 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 Im Moment, als ich den Pfeil bekommen hab War ich schon gut War ich schon gut War ich schon gut War ich schon gut Das wäre sexy Einen hab ich wieder erwischt Wieder einen erwischt Ich wurde zurückgeschleudert Direkt auf den Berg Perfekt Oh yeah Oh, ich lebe noch Ah Oh no Nein, ich komm nirgendwo hin Ich kam nirgendwo hin Ich war zu lange in dem Bereich, hab ich das Gefühl Okay, hab einen Okay, die sind quasi tot Okay, die sind quasi tot Ja Ja, nice GG Das war Turf Wars Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Ciao Tschüss Dann hab ich das geschrieben auf Twitter Weil ich das halt ein bisschen schade finde Dann haben halt Leute kommentiert so Hey Bist dick Nein Dass die meisten Leute Dass es auch Leute gibt Die bei mir zum Beispiel keinen Moment, ganz ruhig Bevor ich hier weiter feile Bevor ich hier weiter feile Hab ich gesagt Mein Auge hat gejuckt So Nein Es juckt aber grad wirklich ein bisschen Yeah Dass es auch Leute gibt Die bei mir zum Beispiel gar keinen Minecraft gucken Und dann gehen wir hier hin